Hallo, grüß Freunde, ich habe heute was cooles vor und zwar zeige ich euch schon mal, ich halte es mal hoch, ich hoffe man kann es sehen, ein Stück Schweinescholter mit Schwarte bietet sich an den größten Braten draus zu machen. Ich habe es schon mal auf dem Gasgrill gemacht, indirektes Setup, ist super geworden, heute machen wir das im Datschhofen. Die Herausforderung wird sein, deine Krüste dran zu kriegen, weil es ist ja alles geschlossen, der Wasserdampf ist drin und so weiter. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Jetzt machen wir erstmal eine Vorbereitung, dafür hole ich euch ran, weil das muss jetzt ein bisschen in eine Salzlage, die Schwarte soll ein bisschen Salz aufnehmen, damit das eventuell noch ein bisschen aufploppt. Für die Salzlage habe ich hier 200 Milliliter schwarzes Bier, welches ihr dann nehmt, das bleibt eure Wahl überlassen und natürlich 20 Gramm Salz. Macht es bitte in der Schüssel, wenn ihr das hier drin macht, das schäumt euch über, ihr seht das hier, das fängt sofort an zu schäumen. Das werden wir jetzt auflösen und während das auflöst, schneiden wir die Schwarte ein. Ich habe die sonst immer so diagonal eingeschnitten, heute werde ich die einfach so schneiden, damit man halt auch besser dann Scheiben runterschneiden kann. Das Messer sollte scharf sein, ich habe mein Filetiermesser dafür rausgeholt. Mein anderes muss ich leider schärfen, das hätte hier nichts gebracht, aber so geht das ganz gut. In Zentimeter Streifen mache ich jetzt komplett das ganze Stück und dann entsprechend nochmal so quer. Fertig eingeschnitten. Ihr seht das, ist auch ganz gut geworden. Ich habe nur die Haut und die Fettschicht ein bisschen eingeschnitten. Jetzt tauschen wir die Plätze. Ich habe hier wirklich nur wenig Flüssigkeit drin, wenn das nicht reichen sollte, aber es soll ja nur die Schwarte drin liegen. Drücken wir ein bisschen runter. Das sieht gut aus. Und so darf das jetzt zwei Stunden in der Biersalzlage ruhen, bevor es dann weitergeht. Ja, während das Schweinchen jetzt in den Bier baden darf, das hat es eigentlich ganz gut, wenn man so drüber nachdenkt, im Bier baden, naja, aber dafür ist das halt tot. Müße ich mich mal jetzt an das Gemüse machen. Was ich alles da ran mache, das steht alles hier unten. Ich hole euch ran, zeige ich euch. Da sind auch jetzt die Gewürze größtenteils dabei. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, dann schreibe ich es wie immer unten in der Infobox, findet ihr einen Link. Da ist ein PDF zum Downloaden, da steht alles genau drin. Das liegt hier nur einfach alles rum. Ich versuche mal alles zusammen zu zählen. Natürlich hier das restliche Dunkelbier, das Schwarzbier. Ich habe mich für das Stürtebäcker entschieden. Wie gesagt, ihr könnt auch jedes andere nehmen. Wir wollen jetzt ja keine Markenwerbung machen. Dann Knoblauch, Zwiebeln, eine Petersilienwurzel, einen Sellerie, einen Lauch, hier Möhren. Wie viel ich ran mache, werde ich sehen. Ihr wisst ja, wer meine Videos kennt, der weiß, dass die Familie drauf steht. Tomatenmark, Lorbeerblätter, Lorbeerblätter, schwarzen Pfeffer, den werde ich frisch mahlen. Dann so ein Meersalz. Dann habe ich hier noch Piment und ein paar Wacholterbeeren. Das ist alles. Ich werde jetzt erstmal das Gemüse grob schnüppeln. Da müsst ihr nicht dabei sein. Ich denke, das weiß jeder, wie das geht. Hole ich euch da ran, zeige ich euch, wie es aussieht. Grob schneiden, das ist alles. Habe ich doch glatt noch was vergessen. Und zwar habe ich hier so eine Gemüsepaste. Die ist im Thermomix gemacht. Da gibt es ein Rezept dafür. Wer einen Thermomix hat, der findet das. Ansonsten findet man auch eine Anleitung im Netz. Die werde ich nehmen und werde dann eine Gemüsebrühe raus machen. Das ist halt ohne irgendwelche Geschmacksverstärker einfach nur das Gemüse und Salz zusammen gemixt. Gemüse ist fertig geschnippelt. Hier ist also das ganze Gemüse, der Sellerie, der Lauch, die Möhren. Und hier separat habe ich die Zwiebeln und den Knoblauch. Das wird separat angebraten. Jetzt geht es halt wirklich mit dem Fleisch weiter. Das heißt, Kohlen vorheizen, den Dutchofen heiß machen, Fleisch weiter behandeln. Da ist unser in Bier badendes Schweinchen. Ich werde das jetzt mal rausnehmen. Legen wir hier schon mal ein bisschen Küchenkrepp hin. Damit das Brettchen nicht ganz so eingesaut wird. Das riecht schon mal lecker. Auch wenn es nur Bier und Salz ist. Die Schwarte werden wir jetzt schön abtrocknen. Abtupfen. Und jetzt geht es an das weitere Würzen. Ich werde jetzt erstmal nur würzen, weil ich das hier scharf anbraten will. Das würde mir den Pfeffer einfach verbrennen. Ich nehme es dann einfach nochmal raus. Das Gemüse muss hier noch angebraten werden. In der Zeit kann ich das noch mit Pfeffer behandeln. Hier die Krüste soll ja, wenn möglich, schön aufploppen. Deswegen werden wir die ordentlich salzen. Und versuchen das ein bisschen in die Ritzen hier einzureiben. Ich denke, das ist gut so. Machen wir von der anderen Seite noch ein bisschen. Das ist ein großes Stück Fleisch, also das kann ruhig ordentlich was vertragen. Was hier so daneben gefallen ist, das tütsche ich einfach mit dem Rand ein bisschen auf. Ich denke, das sollte reichen. Die Kohlen fangen schon an vorzuglühen. Dann geht es ans Anbraten. Kamera riecht ich dann direkt da drauf. Die Kohle, die ist schön durchgeglüht. Wichtig für mich ist jetzt, dass wir ordentlich Unterhitze bekommen. Damit ich das Fleisch schön scharf anbraten kann. Und dann habe ich hier noch was Leckeres. Das ist von den Vegu-Ribs, die ich gemacht habe, das Fett, was halt übrig ist. Das habe ich ja ausgelassen. Das werde ich benutzen, um den Krüstenbraten anzubraten. Den Krüstenbraten anzubraten. Geile Kombination. Das soll reichen. Ihr seht, obwohl der noch nicht so viel Hitze hat, das schmilzt sofort. Gehen wir den noch ein paar Minuten zum Aufheizen und dann kommt das Fleisch rein. Der Topf hat jetzt ordentlich Farb, also Fleisch rein. Fangen wir uns die Unterseite mal an. Ich werde das jetzt nur noch die Seiten anbraten. Ja, das sieht gut aus. Die Farbe soll ihre Knusprigkeit an, wo ich die Oberhitze erhebe, die werde ich nicht anbraten. Entgegengesetzt dem, was ich jetzt alles so an Erfahrungen hier im Internet erlesen habe und so weiter. Ich werde das durch die Oberhitze erheben. Ich denke, das ist gut. Schauen wir uns da unten mal an. Das heißt, hier nicht rauskriegen. Ich denke, so kann man das gelten lassen. Das kommt jetzt raus, lege ich zur Seite. Und dann geht es mit dem Gemüse weiter. Als erstes hier die Zwiebeln. Die sollen leicht glasig werden. Dann kommt der Knoblauch dazu. Ihr seht, dass die Zwiebeln haben schön Farbe angenommen. Die sollen ja nun nicht ganz glasig oder ganz braun werden. Ich gebe den Knoblauch mit rein. Ich habe den nicht geschnitten, einfach nur ein bisschen platt gequetscht. Ich denke, das soll reichen. Dann kommt hier unser restliches Gemüse. Ich hatte das eh alles in einen Topf. Alles mit rein. Das soll einfach ein bisschen mit anrösten. Jetzt bin ich wieder mal froh, dass ich den 14er Dutch Oven habe. Ihr seht das. Das Fleisch dann noch rein. Dann ist der schon ordentlich gefüllt. Ich meine, das fällt zwar noch zusammen. Aber Platz ist halt nur durch noch mehr Platz zu ersetzen. Während das Gemüse hier im Hintergrund brutzelt. Ihr seht das nicht. Die Kamera ist nicht richtig eingestellt dafür. Da habe ich hier das Fleisch, was jetzt angebraten ist. Und jetzt ist natürlich Zeit, da noch ein bisschen Pfeffer dran zu bringen. Das Gemüse soll jetzt so reichen. Es wird langsam äußerlich weich. Der Rest soll nachher beim Schmoren entstehen. Ich mache mir in der Mitte mal ein bisschen Platz. Und da haue ich jetzt den Tomatenmark rein. Ich denke bei der Menge, ja, eine halbe Tube könnte schon passen. Der wird jetzt einfach mit angeröstet. Mache ich hier in der Mitte. Müsst ihr aufpassen, nicht zu viel. Der wird sonst bitter, wenn er nicht verbrennt. Wenn der Tomatenmark dann so schön verrührt ist, weil das schön mit angebraten ist, habe ich ja hier noch das restliche Schwarzbier. Da werde ich jetzt was mit reinschütten. Werde ich jetzt hier schön noch mit einrühren. Ein bisschen verkochen lassen. Und dann füllen wir das noch mit Wasser und der Brühe auf. Hier ist gut verkocht. Ich habe jetzt hier zwei Liter Wasser. Das ist kaltes Wasser. Mal gucken, wie viel ich davon brauche. Ja, einen guten anderthalb Liter. Ja, dass das Gemüse so schön schwimmen kann, das ist völlig in Ordnung. Und jetzt kommt noch die Gemüsepaste zum Einsatz. Pro halben Liter hier so ein guter Löffel. Also wird das Glas, ja, das wird alle. Das lasse ich jetzt nochmal aufkochen. Und dann kommt das Fleisch drauf. Reduzieren wir die Unterhitze. Ein paar Kohlen oben drauf. Wie ich die verteile, das richtet sich danach, wo das Fleisch liegt. Ich denke, ich werde es erstmal mehr am Rand machen. Damit mir die Kruste oben nicht gleich verbrennt. Vielleicht seht ihr das. Hier, es fängt leicht an zu köcheln. Bevor es mir zu doll kocht, platziere ich das Fleischhütze rein. Möglichst ohne die Schwarte mit der Flüssigkeit in Berührung kommen zu lassen. Naja, hier drüben taucht es ein. Aber ich denke, das sollte so passen. Also werde ich jetzt die Kohlen in dem Bereich hier auf dem Deckel verteilen. Das hier oben ist mir zu nah dran. Mache ich vielleicht nur eine da an der Stelle. Mal gucken. So, in der Konstellation werde ich das jetzt lassen. Erstmal für eine Stunde. Dann schauen wir mal rein. Nicht, dass uns die Schwarte doch oben zu sehr verbrennt. Soll halt leicht köcheln. Gucken, ob das jetzt läuft. Zwei bis drei Stunden. Sollte passen. Habt ihr gut aufgepasst? Wer nämlich gut aufgepasst hat, hat gesehen, dass ihr noch was vergessen habt. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben ja gerade erst angefangen. Ich habe hier nämlich noch die Wacholderbeeren und den Piment. Der muss noch rein. Und Florbeerblätter. Ich denke, drei Stück sollten ausreichen. Eine Stunde ist jetzt rum. Ich schau mal rein. So wie erwartet. Die Schwarte ist noch nicht aufgeploppt. Das wird ja auch noch die Herausforderung. Mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ich habe hier noch so Thymian und Rosmarin. Alles aus dem heimischen Garten. Wenn das da ist, warum soll man das nicht nutzen? Gekostet habe ich schon mal. Das ist der Brüller. Ihr seht, das köchelt also leicht vor sich hin. Ich muss da nochmal kosten. Ist natürlich heiß. Der Wahnsinn. Aber eine Stunde darf das noch. Ich habe jetzt mal nachgemessen. Die Kerndramatur liegt zwischen 70, 75 Grad. Das ist ein unglaublicher Duft. Ich habe jetzt die Kohlen größtenteils von unten alle weggenommen. Und werde jetzt den Deckel voll mit Kohlen bestücken. Mal gucken, ob die Schwarte noch ein bisschen knusprig wird. Ihr seht das hier. Der Deckel ist voll. Also mehr passt da nicht drauf. Die Greek Fire sollten genug Hitze bringen. Mal schauen. Ich hoffe, das funktioniert. Lasst uns mal überraschen. Ich denke, die Kohle hat ihr auch übriges getan. Oh mein Gott, der sieht fantastisch aus. Schaut euch das Teil an. Bevor wir da jetzt noch was... Also Jörg fängt es schon an, leicht dunkel zu werden. Gut, hier an den Seiten ist es nicht kurz aufgeploppt. Ich mache den Deckel wieder drauf. Die Kohlen werde ich jetzt ablöschen. Die kann ich beim nächsten Mal nochmal verwenden. Und dann geht es ans Essen. Bis zum nächsten Mal. Ihr habt ja nun schon ein paar Bilder gesehen vom Anschneiden. Ja, ich habe längst mit der Faser geschnitten. Deswegen war es auch ein bisschen fester. Aber jetzt probieren wir mal. Durch ist es auf jeden Fall. Und weich ist es auch. Und die Sparte. Das haben wir super hingekriegt. Echt. Also, sorry, ich muss schmatzen. Die Soße ist geil. Der Braten ist geil. Also, das ist wirklich super. Das gefällt mir so besser als auf dem Grill mit indirekter Hitze. Im Dutch Oven. Von oben eine brutale Hitze. Die Sparte poppt wunderbar auf. Es ist knusprig. Ich muss euch das nochmal... Man kann nicht überbeißen. Es ist schön ein Popcorn. Wunderbar. Ich lasse es mir nicht schmecken. Macht es einfach mal nach. Es ist echt eine super Geschichte. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, taugen nach oben. Einen netten Kommentar. Einen negativen Kommentar. Dann bitte mit. Komment... Mit. Äh... Ja, was euch nicht gefallen hat. Sonst kann ich mich nicht verbessern. Ansonsten abonniert meinen Kanal. Jeden Sonntag gibt es ein neues Video. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.